Musik Manche Gelegenheit hat der aufmerksame Gatte seiner Frau eine Freude zu machen. Es muss gar nicht immer etwas Kostbares sein. Auch mit einer Kleinigkeit kann der Mann oft viel Freude schenken. Und die Frau? Sie weiß, dass ihr Mann tagsüber angestrengt zu arbeiten hat. Und da zeigt sie sich gerne erkenntlich. Sie gestaltet das Heim nett und gemütlich, besorgt ihm gerne, was er liebt und braucht. Und wenn der Mann abends nach Hause kommt, dann ist das Tischleindeckdich schon fertig. Die größte Freude aber bereitet die aufmerksame Frau ihm mit einer Flasche Leibinger Bier. Das weiß sie. Und das hält sie schon immer so. Oft gehen sie aber auch zusammen aus in ein Restaurant. In vielen Gaststätten gibt es ja das gute Leibinger Bier, das er und sie so gerne trinken. Musik Täglich verlassen Hunderte von Fässern und Zehntausende von Flaschen die Brauerei. In nah und fern, in Stadt und Land, freuen sich Tausende auf ein Glas köstlichen Bieres aus der Benediktiner Brauerei Max Leibinger, Ravensburg. Musik Edelgold für den Kenner. Meisterbock für den Genießer. Gold für den Alltag. Pilz für den Anspruchsvollen. Dunkel für die Frauen. Weizenbier für heiße Tage. Leibinger Bier, ein guter Tropfen. Ein Meisterstück aus Malz und Hopfen. Musik Musik Musik